Auf der Bühne bin ich ja so wie so nett, doch ich bin auch sonst normal. Es gibt Leute, die finden, das spießig, mir ist sowas aber egal. Und weil ich immer so friedlich bin, brauch ich zum Ausgleich ein bisschen Krieg. Und deshalb höre ich privat am liebsten Menschenverachtende Untergrundbesieg. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020